im letzten skyblock video haben wir unsere insel um ein vielfaches vergrößert heute wollen wir alle vorbereitungen für den nether treffen was uns währenddessen passiert ist seht ihr jetzt viel spaß mein plan war auf jeden fall mein plan war auf jeden fall wenn der birkenbaum wächst hier schön die plattform für den bieten zu erweitern jetzt gerne jukebox wer so wild aber nein ich habe alle diamonds in sachen vergeschafft guck mal ja ein obi noch ich habe keine axt da will sich die plattform erfährt ich habe das dauert ewig was von alten freien weiß ich habe dann kann dass die karte reintun geil nein stopp ich habe es nicht und du bist ja ganz wir ja oh mein gott haben wir samen ich habe ein fucking fucking papagei es waren ein melonsamen okay warte mal zack er ist einfach leim wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass wir den beim ersten samen zähmt oh mein fucking gott ich fasse es nicht wie wollen wir denn überhaupt anbrennen so das portal mit holz und lava haben überhaupt lagen habe ich verkrafte den feuerwerk das weiß ich noch aber wir können neues kraften gern blaze ross wir brauchen einen gunpowder habe ich auch verkraftet scheiße alter ich mache jetzt ein slime energy bist du bereit ich hoffe wo mache ich den von hier wohin mache ich den wo bist du ich bin so verwirrt und alle hier dieses scheiß wasser placement da seitdem ein wasser auf so hauptes und somit platzieren kann es ist komplett wird alles das auch ein drachen kopf und mich wählen für die xp oder ich habe wieder meinen anzug an was hast du davor nackt alter wo du hast nichts gegeben ich habe einen 34er score junge ich bin so schön auf mich hey warum fließt er die scheiße jetzt weiter ich möchte doch einfach nur mal hier irgendwas absichern was macht man ich weiß es nicht was ist das ziel davon als keine frage perfekt danke guck mal die meiner fünf und guck mal was ich jetzt veranstaltet habe ich habe einen leder jetzt können wir noch einen zweiten item frame machen wie hast du da ist es neun mal neun fehlt was ich habe keine ahnung das ist ein ganz korruptes feld irgendwie dann noch ein end stone bekommen sehr großes foreshadowing ähm ja mein spawn ist gefickt ich habe einen fehler gemacht ich habe einen großen fehler gemacht mann was habe ich getan ich habe auch ein fisch getroppt bekommen ok ok ja das ist sehr gefährlich was da ist nee ich habe etwas vor und dafür bräuchte ich aber wasser einmal ist es nur links oder rechtsklick warte wir machen wir nichts ah es ist beides ja linksklick ist selbe note rechtsklick ist höher ja hör ja hör ich dann geht es nicht wie du das st wie wir das stehen in unseren drachenköpfen oh gott ich laufe gleich hinten runter holy endcrystal macht mir angst ich habe irgendwie die versuchen drauf zu schlagen ich glaube ich schlag aus dass wir noch irgendwann mal drauf oh gott ok wir haben die schallplatte wait wir haben noch die schallplatte wait und 13 und wait aber wenn wir die scheiße dreimal sonst gehen mal da zack ok wohin ok welche würdest du denn gerne hören die die wir dreimal haben oder die 13 wait das ist ja scheiße das ist ja gar nicht so cool für den boss halt da brauche ich die andere hin ich habe eine ender chest ja eine ender chest ja ich glaube noch irgendwas drin äh das sind 8 obi ach du willst die abbauen warte ach ach das ist jetzt auch viel drin oh die shift was war das äh ein op gold apfel noch ein paar blöcke äh äh noch eine endcrystal ein katze spawn egg ah da ist die katze hin ah da ist die katze hin ready wir können noch eine boss fight dings machen ach digga die dinger die sind krank oh holy shit die machen ich habe zweieinhalb herzen die machen wir beide keine hauslos gefühl pass auf der kleine asi da na oh gott jetzt ist er unter der insel ich habe zweieinhalb herzen ich habe noch ein emerald oar krass hä das war doch ein emerald oar wieso kriegt er einen diamond raus hä bin ich verwirrt bin ich verwirrt mein schein ich habe eben einen smaragdblock abgebaut und hab ein dia rausbekommen hä und jetzt habe ich eisen rausbekommen hä ich verstehe es ich habe gerade eisenerz aus dem smaragdblock bekommen die sind irgendwie verpackt die smaragdblöcke hä 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 warte mal kann ich dann ein eisen das eisenerz hä verstehe ich nicht ich hatte erstmal ein ezel ich weiß ja nicht wer den getötet du ich habe mal ein skelettpferd ich habe es getötet der esel hat sich selbst suizidiert naja ok ah ich habe ein ocelot komm ich place den ocelorano rein hä ich habe eine schwangeren ocelot geplaced junge da sind zwei kleine mit rausgekommen hä 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 ich bin nur noch verwirrt von diesem spiel es wird immer korrupter ich bekomme aus dem smaragd eisen und dias ich bin guck netter hahaha wie es aussieht Junge wird alle zu netter fetten drachenköpfen scheiß wir sind hängen geblieben weil wir eigentlich einen dinge sind hat das hier machen irgendwas hinter das portal machen nicht dass wir zur falschen seite rauslaufen ja alles gute hey warum kann man was ist mit dem haus nicht los den hier darf ich nicht abbauen es geht also doch diese fälfte anscheinend ist seiner er geht kaputt er geht kaputt man musste ich unbedingt diesen scheiß feiert verkraften und die gunpowder auch hätte ich beides nicht verkraftet er ist mit der axt abbauen du hast das auch geil das gravel netherrack ich habe netherrack bekommen das ist einfach ein zeichen dass wir ins end gehen ja wenn tag ist dann ist er jetzt und die bäume und gott alles alles passiert hier jetzt jetzt auf einmal wieder progress dass du bringt es immer noch kein gravel nein also gravel flint schnell das eisen holen oh mein gott paul oh mein gott der elytra ich habe ein panda by the way deswegen wollte ich eskaliert alles ich habe fahren mein gott alter elytra ich habe ein panda by the way deswegen wollte ich das ist jetzt mal langsam voll das gehege ich habe ein panda ich habe ein bambus gegeben wollte er zur animation und bauen was passiert jetzt erheben klochen ja manchmal die melone fertig ich will nicht zum wört warum passiert ist alles ja so Gott ich weiß es nicht alternativen typen die coole aussieht ich hätte kommen müssen wenn ich wollte ich habe keinen hunger ich habe ich habe auch einmal ich habe die gold spielt zocke gewartet warte 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 ich komme ist bereit hast du eine feier leasing potty Ich habe kein Essen, ne? Oh mein Gott. Wird spannend. Und jetzt, jetzt mache ich einen Cliffhanger und das Video endet, wenn wir ins Portal reingehen. Was, was wäre das für ein... Ach nee. Wäre wild, oder?